Der italische Direktörer veranstalten uns Leslie Mandoki. Und zu den Sonobates kommen der Keyboarder von D-Curple, John Lord. Er war bei Hurt, er war bei Humble Pie, er hat das vollkreisende Live-Album gemacht, Peter Frampton. Rundungsmitglieder von D-Curple, Matthew, Chris, Fischer und die Stimme, Gary Rooker. Und hier die beste weiße Bluestimme überhaupt, Eric Bergen.